und durchfiltern. Die Brille, durch die ein Winner die Welt sieht, ist eine ganz persönliche. Und so bezieht dieses gehörnte Wesen auch alles auf sich, fühlt sich daher auch schnell angegriffen und verletzt. Dies hinterlässt aber meistens keine allzu tiefen Wunden im Ego. So aufbrausend wie Wut und Empörung aufsteigen, so schnell verfliegen sie auch wieder. Ach was, Schwamm drüber! Aber besonders liebenswert ist, dass sie, wenn sie jemanden sympathisch finden, dieses auch ehrlich zeigen. Völlig ehrlich und authentisch und daher auch entwaffnend. Wie ein plötzliches Feuer der Begeisterung kann sich der Widder auf jemanden stürzen, den er spannend findet. Wurde zu Zeit vergeuden, erobern ist das Stichwort. Schwierig ist es allerdings immer, sein Interesse auf Dauer zu halten. Denn so schnell wie das Interesse aufpoppt, kann es auch wieder abklingen. Es sei denn...